Ein Sohn eines Griots, eines Geschichtenerzählers, er hat schon seit Kleiner auch gelernt von seinem Papa, die Rhythmus, der Mandinka, des Mandinka-Folges zu spielen. Und so wurden damals die Geschichten auch weitergetragen, es gab ja keine Zeitung, kein Handys und sowas. Deshalb haben die alle mit Trommeln kommuniziert. Und ja, wir haben eigentlich noch nicht zusammen gespielt, aber wir geben verbessert, dass es einigermaßen harmonisch geht. Okay, danke schön. Danke. Herzlich willkommen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020